Der Millenium Falke. Geht ja gut los. Es ist Krieg. Ach das ist ja ein toller Tipp. Die haben mir tatsächlich gesagt, dass hier Feinde sind. Das ist ja nicht schlecht. Das ist gut. Da kann man was mit anfangen. Da kann ich auch mal sein, dass ich keinen Sound habe. Da sind so ein Scheiß nicht mehr. Imperiale Fracht gesichert. Maaan. Scheiß Blocker. Feinde in dem Bunker. Nein, Feinde im Bunker. Das glaube ich jetzt aber nicht. Wenn die Mautz. Bist eine Lübe. Die Bracht ist in unserer Hand. Verteidigt sie. Scheiße. Du hast die Bombe verloren. Du hast die Bombe verloren. Ja, ich wurde getötet. Ach du wurdest getötet. Bei uns in der Basis hängt einer. Das ist eine gute Ausrede. Der versteckt sich hinter so ein paar Kisten. Ach das bist du. Ja, warum schießen die alle immer auf mich? Ja, warum schießen die alle immer auf mich? Heinde. Einde. Ja, ich sehe nur, dass sich was bewegt. Und dann schieße ich. Geht mir genauso. Also, ich weiß ja nichts. Hier drin sind sie in der Überzahl. Wir haben die Fracht in Sicherheit gebracht. Das ist Karl-Kartosch. Oh, ich hab zwei Gegenden da getötet. Direkt mal Deckung geht. Gut. Ich hab schon wieder A-Party zu hier an. A-Party of Mallorca ist heute nicht. Gut. Ich hab mich doch überzeugt, dass Party ist. Wir haben die Fracht gesichert. Gute Arbeit. thank you. zumal Fl√ oh oh du oh 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 Der Einheitliche Brennverschallt! Und jetzt sitze ich im Atomschutzbunker, hurra, diese Welt geht unter, mit ganz viel Schnee und Eis. Warum schießt ihr mal auf mich, ihr Homo-Groß? Ich guck euch doch mal. Ach man, da klaut er mir das Ding vor der Nase weg, ey. Das ist doch schwul. Das ist doch schwul. Scheiße. Miau hat mich getötet. Oh, guten Abend, Neo-Beast. Gar nicht gesehen. Dass der zuschaut. Dass wenn man hier so vertieft ist. Haben wir doch noch Zuschauer. Ja, einen. Ja, ist halt kein Counter-Strike-Go, ne? Und wir sind zu gut. Die Leute wollten das nicht sehen. Ja. Wir haben die vergrault, weil wir in letzter Zeit in allem so gut waren. Dann denken sie sich lohnt gar nicht zuzugucken, die gewinnen ja eh. Und da hat sie mal jemand verraten. User-Interview. Ja, Neo. Ja, Neo. Hallo. Ja, Neo. Ja. Wo schießen die schon wieder auf mich hier? Haha. Vielleicht mögen die dich einfach nicht? Ja, die sind alle schwul. Ich glaube nicht, aber okay. Oh, warte mal. Auf dem Radar. Auf dem Radar. Nee, ich dachte auf dem Radar wäre einer hinter uns. Wir würden nicht gewartet. Wir sind im Krieg. Ja, da kann man doch auch mal so ein Sandwich zwischendurch essen. Scheiße. Ja. Mit dem Raketenwerfer. Ey, da macht er mich mit dem Raketenwerfer platt, weil er nicht mehr anders gegen mich klarkommt. Ja, ich stehe noch hinter dir. Ich habe den noch abgeschossen, aber eine Sekunde zu spät. Eine Millisekunde. Fuck. Das ärgert mich jetzt so ein bisschen. Nur so ein bisschen. Unserer Fracht ist gesichert. Drei Granaten, ey. Voll übertrieben. Und keinem getötet. Shit. Ich habe dich gerecht und wurde gerecht. Dankeschön. Fuck. Ich habe ihn getötet. Spawn dafür auch bei dir. Hast ein bisschen Unterstützung dafür verdient. Ich muss ja immer nur gucken, ob irgendwelche Laserschisse. Weil hier ohne Sound, da guckt man dann halt nur noch was an einem vorbeifliegen. Ach, die schießen hier mit Lasern. Ach so. Ja. Ich dachte, das ist Licht. Heißt ja auch Lichtschwert. Du. Du bist ganz leise. Ja, sorry, weil ich mein Mikrofon wieder neu angeschweckt habe. Also, bei mir ist er laut. Bei mir ist er leise. er hat dich gefragt ob du gestern den krieg aber ich glaube auch nicht so nee heute morgen gestern ja gestern heute ist ja schon wieder ich habe ein frühmorgens gekriegt dann sagen wir es so ja alter was für ein scheiß ne gleich besser jetzt mit der Schuze zu lang oder ich bin hier zu leise wenn ihr oh was ist denn hier los ey voll die Party äh ne ich spiel auch gerade Battlefront ok naja wir spielen noch heute kein C und C mehr ja wir spielen hier noch ein oder zwei Runden und dann äh wollte ich ins Bett ja ok heute ist nicht so ah Alter schon wieder 27 11 aber ich glaube nicht erster ne ne der erste hat 34 scheiße granate granate nein fuck die granaten sind hier ein bisschen overpowered ne ein bisschen außer außer die äh thermal imploder die sind genau richtig die sind genau richtig scheiße da hat er da so ein geschütz hingestellt ja die sau der kommt wieder zurück ach der hat da so ein so ein Roboter hingestellt in den Gang na ne jetzt schnell durch bevor die hier wieder dicht machen Na wenigstens jetzt Erster. Nein, ich werde immer von Miau abgeschossen. Den habe ich gerade mit Raketenöver getötet. Sehr, sehr gut. Die kämpften doch schon wieder an dem Gang. Das treibe ich den jetzt aus. Oh ey, hat der wieder mit einem HP überlegt. Scheiße, hier ging es doch auch irgendwo lang, nicht nur da. Scheiße. Ach, jetzt ist es schon Ende der Karte. Ja. Einfach nicht rauslassen, sind nur noch ein paar Sekunden. Boah, 40 zu 15. Scheiße. Nein, ey, da habt ihr mich in der letzten Sekunde doch um 100 Punkte überholt. Ich fass das nicht. Fuuuck. Naja. Zumindest sieht man immer wieder dein Bild. Ja. Ich sehe schon aus wie so ein Luke Skywalker, ne? Ja. Vor allem ein traumhafter Hintergrund in dem Bild. Ja, schön. Das sind Photoshop-Skills. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.